Hallo liebe Studentinnen, hallo lieber Student, wir üben weiter die Anwendungsfälle der Präposition für, für plus Akkusativ. Anwendungsfälle 6, für plus Akkusativ steht oft zum Ausdruck der Qualifikation und da in festen Strukturen und Verbindungen. Also feste Gefüge mit Verb, Adjektiv oder Substantiv, Beispiele dafür, für etwas qualifiziert sein und mit Substantiv die Qualifikation für etwas haben, für etwas geeignet sein, für etwas zuständig sein, für etwas ausgebildet sein und so weiter. Das Fragewort ist hier, wofür? Die Frage nach Sachen, oft die Frage nach der Tätigkeit. Beispiele. Für diese Arbeit ist er überqualifiziert. Wir können ihn nicht einstellen. Die Kriminalpolizei ist zuständig für Kapitalverbrechen. Also schwere Verbrechen. Dotschlag, Mord, Oppressung und so weiter. Für diese schwierige Aufgaben brauchen wir einen Spezialisten. Hier hat sich ein Fehler eingeschlichen. Brauchen, ist es plural. Für diese schwierige Aufgabe brauchen wir einen Spezialisten. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.